Sie sind ein Volk, das ungefähr 20 bis 40 Millionen Menschen umfasst. So genau weiß man das gar nicht. Die Größe ihrer Gebiete entspricht ungefähr der Größe Deutschlands. Sie haben eine gemeinsame Vergangenheit, eine ähnliche Kultur und viele andere Dinge, die sie miteinander verbinden. Nur eine entscheidende Sache haben sie nicht. Einen eigenen Staat. Die Rede ist von den Kurden, dem größten Volk der Welt, ohne einen eigenen Staat. Stattdessen sind die Kurden über verschiedene andere Staaten verteilt. Über die Türkei vor allen Dingen, aber auch über den Irak, den Iran, Syrien und andere Länder. Immer wieder sind die Kurden ein Thema in den Nachrichten. Zuletzt wegen eines Referendums im Norden des Irak. Aber wer sind die Kurden eigentlich? Was für eine Geschichte haben sie und warum sind sie immer wieder in den Nachrichten? Darum geht's jetzt. Es gibt solche Themen, an denen kann man sich eigentlich nur die Finger verbrennen. Vor allen Dingen hier bei YouTube. Egal wie objektiv, wie neutral man herangeht, man bekommt immer von einer Seite unterstellt, man würde bewusst die Unwahrheit sagen, man würde manipulieren, man würde hetzen. Eines dieser Themen, das immer viele Emotionen hervorruft, das ist das Thema Kurdistan, beziehungsweise das Thema Volk der Kurden. Ein Thema, über das man aber trotzdem und gerade deshalb sprechen sollte und dem man gerade deshalb auch mit der gebotenen Neutralität begegnen sollte. Und das möchte ich hier an dieser Stelle versuchen. Auch wenn bei diesem Thema viele Dinge gar nicht so klar sind. Das fängt schon an beim Ursprung des Volkes der Kurden. Seit wann gibt es die Kurden? Das weiß man einfach nicht so genau. Man weiß aber, dass die Kurden eines der ältesten Völker der Welt sind. Los ging es vermuten Historiker vor zwei bis wahrscheinlich viertausend Jahren. Damals, so vermutet man, sind sogenannte indogermanische Aria ins Grenzgebiet zwischen dem heutigen Iran und der Türkei eingewandert, haben sich dort mit Eingeborenen vermischt und mit der Zeit neue Stämme gegründet. Stämme, die immer größer wurden und sich über ein immer größeres Gebiet verteilt haben. Die meisten Angehörige dieser Stämme waren Nomaden. Und daher soll auch der Name kommen, Kurzstämme, hat man irgendwann gesagt. Aber die genaue Herkunft des Namens, die ist auch umstritten. Weniger umstritten ist folgendes. Diese Stämme wurden immer größer. Irgendwann gab es ungefähr 500 Stämme mit dem gleichen Ursprung und einer gemeinsamen Kultur. Eine Kultur, die ab dem siebten Jahrhundert von einer Religion maßgeblich geprägt wurde, nämlich vom Islam. Der Islam hat die Kurden quasi überrollt. 80 Prozent der Kurden sind heute sunnitische Muslime. Der Rest sind Aleviten, natürlich auch schiitische Muslime. Aber es gibt auch christliche Kurden. Über die Zeit hinweg waren die Gebiete, in denen die Kurden gelebt haben, immer wieder mal Spielball großer Mächte. Zum Beispiel der Perser, der Mongolen oder später natürlich auch der Osmanen. Einen eigenen Staat, einen für sich abgeschlossenen Staat, hatten die Kurden nie. Am Anfang wurden sie relativ in Ruhe gelassen. Aber ihr Gebiet war ein ziemlich interessantes Gebiet. Es war günstig gelegen. Und so hatten verschiedene Mächte daran ein Interesse. Man hat den Kurden meistens Autonomie gewährt. Aber hat sie eben nicht einen eigenen Staat, eine eigene Macht formen lassen. Nichtsdestotrotz gab es einige mächtige Kurden in der Vergangenheit. Als einer der größten Helden, wenn nicht sogar als der größte Held, gilt bei den Kurden heute Sultan Saladin, der im 12. Jahrhundert maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die christlichen Kreuzritter aus der heiligen Stadt Jerusalem vertrieben wurden. Aber trotz Menschen wie ihm, trotz Kurden, die mal an den Schalthebeln der Macht saßen, ging es den Kurden über die Jahrhunderte hinweg immer wieder schlecht. Sie wurden diskriminiert, verfolgt und teilweise auch umgebracht. Zum einen deshalb, weil sie sich immer wieder aufgelehnt hatten, weil sie unbequem waren, aber auch, weil sie vielen Machthabern einfach nicht gepasst haben. Und diese Diskriminierung der Kurden, die zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte und durch die verschiedenen Großreiche. Dazu kommt auch, dass sich die kurdischen Stämme untereinander oft nicht einig waren. Es kamen immer wieder zu Auseinandersetzungen, teilweise auch zu kurdischen Bürgerkriegen im Laufe der Geschichte. Dann aber stand ein großer Wendepunkt bevor. Die Kurden sahen sich einem eigenen Staat so nah wie nie zuvor. Nach dem Ersten Weltkrieg sollte der sogenannte Friedensvertrag von Sefre geschlossen werden in Frankreich. Und bei diesem Friedensvertrag hatten die Kurden angestrebt, einen eigenen Staat zu bekommen und hatten auch von den westlichen Alliierten die Zusicherung, ja, das könnte klappen. Dann kam allerdings Mustafa Kemal in der Türkei an die Macht, auch genannt Atatürk. Er hat einen neuen Staat geformt und plötzlich war die Sache mit den Kurden wieder vom Tisch. Die westlichen Alliierten haben sich an ihre Zusagen nicht mehr so wirklich erinnert und stattdessen wurden die Kurden verteilt auf verschiedene Länder, verschiedene neu gegründete Länder, auf die Türkei vor allen Dingen, aber auch auf den Irak und den Iran. Und wieder ging für die Kurden alles von vorne los. Kein eigener Staat, stattdessen Diskriminierung und Repressalien. In der Türkei zum Beispiel durften die Kurden lange Zeit ihre Sprachen nicht sprechen und ihre traditionelle Kleidung nicht tragen. Im Iran wurden sie wegen ihres sunnitischen Glaubens verfolgt und auch im Irak gab es Verfolgungen durch die Regierung. Im Jahr 1988 kam es zum Beispiel zu einem Giftgasangriff einer kurdischen Stadt, bei dem mehr als 5000 Menschen starben. Über die Jahrzehnte hinweg gab es zwar immer wieder kleinere Verbesserungen für die Kurden, vor allem in der Türkei, aber trotzdem blieb eine große Unzufriedenheit. Eine Unzufriedenheit, die teilweise in Gewalt umgeschlagen ist. In den 1970er Jahren hat sich in der Türkei die PKK gegründet. Eine Organisation, die als Arbeiterpartei Kurdistans gestartet ist, aber sich sehr schnell radikalisiert hat und heute nicht nur der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird. Und von der sich zum Beispiel auch die Freiheitsfalken Kurdistans abgespaltet haben, auch eine Terrororganisation. Wenn euch das Thema kurdische Terroristen gegen den türkischen Staat interessiert, dann klickt einfach oben auf das i, da findet ihr ein Video mit mehr Details zu dieser Situation und zu diesem Thema von mir. Aber nicht nur in der Türkei gibt es radikale kurdische Organisationen, neben normalen politischen Parteien, auch in anderen Ländern ist das so. Und es gibt auch paramilitärische Gruppen, wie zum Beispiel die Peschmerga im Irak. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen genauer drauf, jetzt schauen wir uns erstmal was anderes an. Und das ist die wichtige Frage, wer sind denn die Kurden heute eigentlich genau? Und da stellt man fest, die Kurden als große Einheit gibt es in vielerlei Hinsicht gar nicht. Nicht nur territorial nicht, sondern auch zum Beispiel, wenn es um die Sprache geht. Es gibt drei verschiedene kurdische Sprachen, mindestens zum Teil auch noch verschiedene Dialekte. Die Leute verstehen sich untereinander teilweise gar nicht. Außerdem gibt es kulturelle Unterschiede zwischen Norden und Süden, Westen und Osten und teilweise auch unterschiedliche politische Ansichten. Aber eine Sache, die eint so gut wie alle Kurden, egal ob sie in den kurdisch dominierten Gebieten leben oder völlig außerhalb, zum Beispiel in Deutschland. Nämlich der Wunsch nach einem eigenen, unabhängigen kurdischen Staat, nach einem Kurdistan. Das große Problem ist nur, die Länder, in denen die meisten Kurden leben, haben etwas dagegen, dass die Kurden eigenständig werden. Denn das würde ja bedeuten, dass sich eine Region ihres Landes abspaltet und unabhängig wird. Das ist immer schlecht für den inneren Zusammenhalt, für den inneren Frieden, aber es gibt noch einen anderen entscheidenden Grund. In den Gebieten der Kurden gibt es jede Menge Rohstoffe, vor allen Dingen Öl. Und wenn die Kurden unabhängig würden, dann würde das ja auch bedeuten, dass die jeweiligen Länder keinen Zugriff mehr, keinen direkten Zugriff mehr auf diese Rohstoffe haben. Auch Wasser spielt dabei eine große Rolle. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum der Westen sich aus diesem Konflikt, den es schon sehr, sehr lange gibt, meistens dezent zurückhält. Die einzige Region, in der die Kurden weitestgehend unabhängig sind, also sogenannte Autonomie genießen, das ist der Norden des Irak. Dort gibt es seit 2005 in der Verfassung festgeschrieben eine autonome Region Kurdistan-Irak mit einer eigenen Verwaltung, eigenem Militär und vielen Dingen mehr. Aber gerade hier gibt es jetzt Unruhen. Und der Grund dafür ist folgender. Als im Jahr 2014 die kurdischen Peshmerga-Kämpfer, über die wir vorhin ja schon kurz gesprochen hatten, den IS aus Teilen des Irak zurückgedrängt hatten, haben Kurden im Anschluss die eroberten Gebiete besetzt. Sie haben das historisch begründet, haben gesagt, das sind eigentlich unsere Gebiete, vor allem die Stadt Kirkuk, aber auch Gebiete darum herum. Und deswegen haben sie gesagt, hier sind jetzt wir. Die irakische Regierung hat das akzeptiert, auch wenn das eigentlich komplett ihr Staatsgebiet war. Und sie hat erstmal nichts unternommen. Dann ist aber etwas passiert, das für große Probleme gesorgt hat. Die kurdische Regierung der autonomen Region hat gesagt, wir packen die Gelegenheit sozusagen beim Schopf und führen ein Unabhängigkeitsreferendum durch. Nicht nur in unserer autonomen Region, das hätte die irakische Regierung vielleicht noch akzeptiert, sondern auch in diesen eroberten Gebieten. 92 Prozent der Menschen dort haben sich für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Für die irakische Regierung war das eine Provokation, die sie so nicht auf sich sitzen lassen wollten. Sie sind einmarschiert in diese Gebiete, haben sie im Handstreich zurückerobert. Es war eigentlich auch gar kein richtiger Krieg, kein Bürgerkrieg. Das ging alles ziemlich schnell. Und heute stehen irakische Regierungstruppen an der Grenze zur autonomen Region Kurdistan-Irak. Und wenn hier ein falscher Schritt gemacht wird, dann könnte es tatsächlich zu einem Bürgerkrieg kommen. Ein Bürgerkrieg mit fatalen Folgen. So ein Krieg könnte nämlich dazu führen, dass die Kurden alles, was sie sich im Laufe der Zeit aufgebaut haben, wieder verlieren. Und selbst wenn es nicht dazu kommt, könnte es zu einer Spaltung innerhalb der autonomen Region kommen. Es gibt nämlich zwei miteinander konkurrierende Parteien, die sich mal feindlich gegenüberstanden, sich dann zusammengetan haben und jetzt aber immer weiter auseinander driften. Also auch da könnte es Schwierigkeiten geben und momentan zeichnet sich keine Lösung ab. Was die ganze Sache auch nicht einfacher macht, ist, dass es hier nicht nur um einen Konflikt zwischen den Kurden und dem Irak geht, sondern dass sich auch verschiedene Länder von außen einbringen, der Iran zum Beispiel und auch die Türkei. Und das macht es insgesamt wirklich sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr schwierig. Für die Kurden bedeutet das, auch 4000 Jahre nach der Gründung ihres Volkes stehen sie ohne eigenen Staat da. Und es wird sich auch vermutlich eine ganze Weile nichts daran ändern. Eine verfahrene, eine sehr, sehr vertragte Situation, bei der mich natürlich auch mal interessieren würde, was denkt ihr denn darüber? Was sagt ihr? Sollten die Kurden ihren eigenen Staat bekommen? Wie könnte man das Problem lösen? Vor allem, wie könnte man es friedlich lösen? Schreibt das gerne unten in die Kommentare und Stichwort friedlich lösen. Ich habe mal ein Video gemacht über den Konflikt, habe ich vorhin auch schon gesagt, zwischen kurdischen Terroristen, türkischem Staat, findet ihr hier. Da musste ich die Kommentare deaktivieren, weil da so viele Straftaten begangen wurden, dass ich das einfach nicht mehr kontrollieren konnte. Ich hoffe, bei diesem Video bleibt es fair. Bitte bleibt fair. Ich hoffe, man will es noch ein paar Zahlen vertreten! Ich hoffe, es hilft, es heilt die Kochen und Schauspieler! Wir sehen uns mal lasst.